Herr Gassert, was sind eigentlich die Zielgruppen des unabhängigen Versorgungswerks? Beziehungsweise welche Erfahrungen haben Sie in der Vergangenheit so gemacht? Ja, es ist so, wir beraten klein- und mittelständische Unternehmen. Die Firma sollte also zehn Mitarbeiter und mehr haben und es soll aus den Bereichen Dienstleistung, Handel, Handwerk und Industrie sein. Unternehmen, die auch expandieren, ist das Versorgungswerk sehr interessant insofern, dass das Unternehmen durch die Einführung des Versorgungswerks sehr attraktiv wird und sich eben dann auch entsprechend gut positionieren kann am Markt. Untertitelung des ZDF, 2020